In der wunderschönen Steiermark gibt's einen Grund zum Feiern. Und zwar bei Jungmama Julia, Freund Irisch und Mama Simone. Da hat sich wieder mal einiges getan. Ich hab ein Imbiss aufgemacht, also bin ich jetzt selbstständig. Fatman's Pizza heißt der Imbiss und der ist beim Bahnhof in Bruggtutten. Und das wird jetzt gefeiert? Ich will mir auch einen Grund zum Feiern. Seit drei Wochen hab ich's eigentlich offen und es läuft aber gut. Ich hab einen Plan gemacht. Ich will die Pizzerie nach einem Jahr wieder verkaufen. Und die Amina natürlich auch. Schau ich, dass die in eine Privatschule gehen und studieren und so weiter. Aber kein Pizzabäcker werden. Ich bin selber kein Pizzabäcker. Ich bin ja nur Zusteller. Ist das eh kein richtiger Sekt? Nein, ist ja ein Kindersekt. Oma denkt mit. Eigfreier Sekt, weil Julia bei der Verlobung auch den Glauben wechselte. Ich hab konvertiert als Moslem. Und deswegen Kindersekt? Das bloß man auch, oder bloß man? Also, bei uns hat's in letzter Zeit sehr viel getan. Moment. Das ist immer noch nicht alles? Verlobt sind sie. Er ist Geschäftsmann. Julia konvertiert. Was könnte noch kommen? In der Steiermark gibt's was zu verkünden. Julia, Irasch und Oma Simone haben sich versammelt, um gemeinsam anzustoßen. Dafür wurde sogar alkoholfreier Sekt geköpft. Ist das eh kein richtiger Sekt? Nein, ist ja ein Kindersekt. Das bloß man auch, oder? Ja, das bloß man. So, jetzt aber wirklich. Warum Kindersekt? Raus mit den Neuigkeiten. Also, bei uns hat's in letzter Zeit sehr viel getan. Ich bin schwanger. Say what? Gratuliere! Weiterer Nachwuchs für die TWM-Familie. Also, wir haben das jetzt nicht direkt geplant. Wir haben schon gesagt, wir wollen Kinder haben. Aber jetzt kann's halt nicht festkleben. Ich freu mich extrem. Ich bin einfach der glücklichste Mensch, glaube ich, jetzt, als ich das gehört hab. Aber das war eine hundertprozentige Sache. Also, es war schon geplant. Und, du freust dich schon? Ja, sehr. Auf dein erstes Kind? Ja. Wie wirst du dich freuen, zweites Enkelkind? Dann auf zwei Kinder aufzupassen? Ja, also, ich freu mich, dass ich das zweite Mal wirklich Oma wir. Gut, ob du bald. Ja, per Jahr ist es wieder Junge. Dann hab ich einfach ein paar Mädchen und ein Junge. Und dann passt das gut zusammen. Das Geschlecht war mir egal, weil ich sogar überhaupt so gesund bin. Aber wenn du dann schon ein Mädchen hast, dann wirst du halt schon das Gegenteil auch noch haben. Mit den Jungen wird einmal nicht so viel sich ändern. Aber was ich mir halt schwierig vorstellen kann, ist, die Windel zu machen. Weil ich hab mich bis jetzt noch nie traut bei den Jungen, die Windel zu machen. Das wird schon. So groß ist der Unterschied wohl auch nicht. Gibt's eigentlich schon einen Namen? Nein? Nein. Nein, nochmal sagen wir noch nicht. Wie ist es das erste schon? Ja, aber wir haben es wieder geändert. Mit dem Hosen. Auf Deutsch, ich weiß es, Diamant. Auf Deutsch, was jetzt? Auf Deutsch, was jetzt? Hast du es dann Diamant? Ja, was? Ja, wie sag ich nochmal noch nicht? Emil, kannst du nicht sagen? Nein. Der Name ist in Irash eingefallen. Wir haben wirklich lange gesucht. Und ja, der zweite Name habe ich halt dann gefunden, weil ich gesagt habe, dass wir beide einen Namen haben, was uns beiden... Also, mir gefällt der erste auch, aber ich wollte halt auch unbedingt einen finden. Almas, wie der heißt. Was? Wie? Almas. Das merke ich mir nie. Das ist der ganz erste, was du noch gesagt hast. Nein. Das heißt Diamant. Almas. Und wie heißt der noch? Malek. Ich habe ja immer malig gehört. Ja sicher. Das ist immer leichter. Wie heißt der? Almas. Nicht Almus. Almas. Mit A-Z hinten. Almas. Ich habe mir nur Malek gemerkt. Ich sage mal, der andere Name ist noch nicht so angekommen, muss ich sagen. Ja, ich finde ihn nicht schlecht. Aber es hätte meiner Meinung nach ein deutscher Name auch, dass ich mir besser und leichter tue. Ja, bist du ein Arsch. Eigentlich wie Mars. Aber Almas. Ja, dann rufe ich Marsregeln. Nein, nein. Das heißt was anderes. Ja, kannst du erst mal Malek nennen? Nein. 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 Das merke ich mir leichter. Weil Malek heißt. König der König. Der König. König der König. Ja, und dann hast du der Diamantenkönig. Das ist nicht. Aber Malek merke ich mir leichter. Ja, aber es heißt dann Diamantenkönig. Nein, das merkt immer nicht. Ja, exakt. Doch, das merkst du schon. Die Simone. Ich verstehe sie. Ihr ist voll schwer, es auszusprechen. Amina ist ja eigentlich auch kein österreichischer Name. Sie wird sich glaube ich dran gewähren müssen. Und sie wird das sicher dann auch sprechen können. Für mich ist das nicht schwer. Ich verstehe die Simone auch. Sie kann ruhig einen anderen Namen rausgeben. Wir können drei Namen geben und dann ruft sie halt keinen Ahnung. Alexander oder was. Auch hier war Biologie im Spiel. Bienchen und Blümchen und so. Julia ist schwanger. Und somit steht bald eine Geburt an. Willst du mitgehen zu der Endbindung? Ja, ich habe ja kein Gebünder. Bist du dir hundertprozentig sicher, wenn du dann alles siehst? Ja. Sicher? Ja, ich bin mir sehr sicher. Aber ich kann es nicht passen. Nein, du siehst wirklich alles. Alles siehst du. Okay. Da ist keiner. Aber Planen vor bis zum Fernsehen muss ich. Du siehst alles. Irasch weiß noch nicht genau, was auf ihn zukommt. Hier ein paar Beispiele. Wir waren ja schon öfter mal dabei. Nein. Du siehst. Du siehst. Irasch ganzer. Du siehst dann wirklich. Und jetzt kannst du. Du siehst alles. Wenn es dann auf einmal den Bratschen macht. Du siehst das. Ja, aber nur, wenn er vorne stehen würde. Nein, ich habe das gesehen mal in ein paar Seiten. Du stehst ja und du liegst ja. Du siehst ja oben drüber. Oma Simone will nicht Augenzeugin sein. Also. Vorgestellt habe ich mir das so, dass der Irasch mitgeht ins Krankenhaus. Und ja, eigentlich soll es eine spontane Geburt werden. Ich bin zu hundertprozentig dabei. Aber so ganz vorstellen kann ich mir das nicht. Ich habe das nur im Fernsehen so gesehen. Und der Julio werde sicher unterstützen und einfach mein Bestes geben. Die Hand gibt sich doch nicht. Ja, das hat sie gesagt. Das hat sie bei mir auch nicht getan. Ich habe gesagt, wenn er mich nicht auf mich befindet. Ja, ich habe mitgemacht. Dann schick er raus. Ja. Und wie es wirklich dann soweit war, habe ich gesagt, sie sind meine Hand nehmen und sie zusammentrücken. Nein. Aber jetzt bin ich so ein bisschen sicher. Ich weiß noch nicht, wie ich dort dann reagieren soll. Das erste Mal, dass ich Papa werde. Aber das wird zuglaublich. Wie lange, wenn die Geburt abgeschlossen ist, wie lange muss das Kind dort bleiben? Drei Tage. Ist es nicht klar? Bei der zweiten Geburt kannst du auch schon früher heimgehen. Nein, also ist es ... Wenn wirklich alles passt, kannst du früher gehen. Wie lange dauert es bei Amina? Eine Woche. Nein, ich meine ... Bei Amina war sie eine Woche drin? Nein, die Geburt. Die Geburt war eigentlich schnell. Vier Stunden. Vier Stunden? Ja, vier Stunden ist sie wirklich bis dorthin gehängt. Dass man im Mund ein bisschen gereist soll. Aber dann die Geburt ist eigentlich nicht schnell gegangen. Bei der ersten Schwangerschaft, bei der Geburt, dass ich jetzt kein Trauma habe oder so. Also ich finde, es war eine sehr schöne Geburt. Und es war eine ziemlich schnelle. Und jetzt habe ich eigentlich auch keine Befürchtungen dagegen. Sicher kann es anders kommen. Aber ich habe jetzt so keine Angst oder so. Ich lasse es auf mich zu kommen. Sie haben sich gefragt, ob sie die Mama durchschneiden will oder ob sie die Oma will. Und sie schreiten auch die Mama. Und jetzt haben wir nicht gewusst, welche Mama, sie oder ich. Ach so. Und dann sagt sie, nein, die Oma. Dann habe ich halt durchschneiden. Also das muss ich auch jetzt dann schneiden? Ja, sicher. Du kannst. Okay. Ich habe mir zuerst abgeschwürdig gespartgestellt. Das zum Beispiel auch schneiden. Aber das geht wirklich leicht. Echt? Ja. Und damit schneid es einfach durch? Ja, was ich dann genau gesagt, schneid es runter. Okay. Ich habe bis jetzt keine Geburt miterlebt eigentlich. Ehrlich gesagt. Aber ich stelle mir, glaube ich, so vor, dass sie im Kreißsaal liegt und einfach das Kind aussiepresst. Also. Ja. Die Sonne scheint für die 20-jährige Julia. Sie erwartet ihr zweites Kind. Freund Irash, sein erstes. Also ich bin jetzt im neunten Monat. Also Anfang neunten Monat. Mir geht es sehr gut damit. Ja. Und wir freuen uns eigentlich schon sehr drauf. Und Irash, auch schon bereit? Ich bin eigentlich irgendwie so gar nicht vorbereitet. Also egal, was man im Leben macht. So gesehen, habe ich bis jetzt gelernt, wird es nie so sein. Also deswegen habe ich das auch gehört, mich irgendwas vorzubereiten. Kleidung, Essen, Schnurrler, die Sachen habe ich schon vorbereitet. Aber so, ich weiß nicht, wie es ist, Papa zu sein. Also jetzt eigentlich schon mit Amina, die Verantwortung und das alles, bin ich mir bewusst. Aber jetzt ist das noch was Neues. Seine Füße sind jetzt auch oben, oder? Ja. Da, da. Ah ja, da ist hart, gell. Also ich schätze, dass der Irash auch sehr liebevoller und nicht ein Papa werden wird. Und sein Kind über alles lieben wird. Weil das merkt man jetzt auch schon so, wenn er darüber redet oder darüber erzählt. Dann merkt man seine Vorfreude und generell, dass er das schon unbedingt will. Und ja, also ich schätze, er wird schon hinter uns stehen und da viel dabei sein. Good times, good times. In der Schwangerschaft geht es mir eigentlich sehr gut. Ich habe keine Probleme, Gott sei Dank. Ja, was ich halt ab und zu habe beim Schlafen. Schlafen, kriege ich einen Krampf im Badl. Und da muss ich das halt passieren. Das ist ja nicht mehr ein Monatssitzung. Ja. Das ist ja nicht mehr lang. Ja. Und das, du weißt ja nicht, ob es genau ein Monat ist. Kann sein, dass er früher kommt, gell? Ja, da hat es dir gesagt. Und cool war jetzt, wenn er genau um 0.00 am 31. kommt. Ja, das kannst du schon vergessen. Wieso? Ja, das ist, weißt du, wie selten. Ja, gern, das ist ein Wunderkind. Austrias nächstes Neujahrs-Baby. Das musst du aber dann schaffen, gell, aus dem Press. Press und Prosit. Ja, sicher genau um 0.00, gell. Ja, ich sag dir die Zeit, geh, ich stresse dich dann dort. Also bei der Juli hat sich eigentlich äußerlich schon was ändert. Der Bauch halt. Und so ist ja eine starke Persönlichkeit. Und wenn ich andere Frauen sehe, wenn sie schwanger sind, will sie jammern die ganze Zeit. Aber bei der Juli habe ich die ganzen 9 Monate nichts gehört. Also die Stimmungsschwankungen hat sich schon ab und zu gehabt. Aber das ist, glaube ich, normal bei einer Schwangerschaft.